Hallo, ich bin Türkei Royal und ich freue mich sehr über die Nominierung zum Braunschweiger Filmpreis. In dem Film Neubau, ein Heimatfilm, spiele ich Markus Havemann, einen jungen Mann, der in der Uckermark mit seinen beiden Großmuttern lebt und dem die Liebe dazwischen kommt, bevor er nach Berlin ziehen könnte. Oder man weiß es nicht so richtig, da endet der Film. Auf jeden Fall freue ich mich über die Nominierung und bin mal gespannt, wie das Rennen ausgeht. Mit meinen Mitstreitern auf jeden Fall auch alles Gute.